Coole Games, die meine Schüler erstellt haben. Das sieht doch auch richtig vielversprechend aus. Warpt. Okay, ich kann den Dialog irgendwie nicht schließen. Egal, ich versuche trotzdem mal weiter zu laufen. Ja, der Dialog ist weg. Ey, sonst könnte ich das Spiel echt nicht spielen. Ey, die Grafik ist richtig krass, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob er die selbst erstellt hat. Falls ja. Boah, richtig krass. Was? Hier kommt gleich schon ein Bosskampf. Richtig gut gemacht auch. Nein. Das sollte leicht gehen. Komm schon. Ja, ich habe ihn besiegt. Double Jump. Kann ich Double Jump machen? So, was ist das? Hilfe. Die Physik beeindruckt mich gerade. Ja, ich bin raus. Ey, das ist echt cool. Also bis hierhin habe ich noch alles gecheckt, aber jetzt... Was? Ich glaube, ich habe einen Bug. Tobis Adventure. Das gibt es auch in Google Play. Könnt ihr euch gerne holen. Ich muss sagen, die Grafik überzeugt mich schon mal. Oh, hier ist eine Kiste. Was ist da drin? Leben. Leben kann ich gebrauchen, aber ich brauche auch mal eine bessere Waffe irgendwie. Ich habe den Eindruck, die ist so schlecht. Ja, ich habe die neue Waffe. Boah, die sieht richtig gut aus. Jetzt ist es, glaube ich, viel, viel einfacher. Jetzt macht es auch wieder richtig Spaß, weil ich den Eindruck habe, dass ich nicht sofort sterbe. Ja, okay.